Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Turtle Head Unmasked. So, wir haben hier ja noch eine Ebene, die wir noch nicht komplett untersucht haben, aber ich sehe schon, dass wir so viel gar nicht mehr hier haben, denn hier ist schon wieder eine Tür mit Ketten. Verflixt, aber was haben wir hier? Eine Notiz für Schüler und die betrifft die kommenden Treffen des Kochclubs. Achso, aber wir erfahren leider nicht, worum es darin geht. Oh nein, Surprise, das finde ich nicht gut. Überraschung, Rezeptbücher befinden sich in diesen Schränken. Hier sind Teller und da auch noch Rezeptbücher. Ist da was drin? Oh, eine Kombination, aber du hast keine Ahnung, was es sein könnte. Was ist das? Oh, achso, ich kann es nicht aufheben. Hier ist ein Stück Papier. Oh, okay, die Antwort befindet sich in der Männertoilette. Aha, dann müssen wir da wohl noch mal runter. Aber hier steht was von Surprise. Inwiefern werde ich hier noch surprised? Okay, hier ist halt Böschdeck, glaube ich. Silverware. Das sind schon wieder kleine Kühlschränke. Die sind sehr beliebt in dieser Schule. Diesmal Zutaten darin. Für den Kochclub sicherlich. Ein Stück Papier. Äh, was? Sporty? Nee, Moment. AZ... Moment, ich mache mir einfach mal ein Foto. Das hat sicherlich irgendeine Bedeutung für irgendwie ein Code oder so. Na, Foto. Hallo. So, jetzt hat es funktioniert. Ich schaue mal. Ich mache es mal auf und lege es mir hier schon mal hin. Hm. Was könnte das sein? Six, Nineteen. Achso, das wird eine Zahl sein tatsächlich. Six, Nineteen würde passen, weil das N da dreimal vorkommt und da oben ist es nicht mit dabei. Äh, Forty-six. Ja, das könnte passen. Moment. Vier, Vierzig. Sechs. Und was habe ich gesagt? Nineteen. Boah, das wäre jetzt geil, wenn es das ist. Äh, und da ist schon wieder was. Das sieht halt irgendwie aus wie ein Stück Haut oder so, aber wahrscheinlich bin ich einfach schon zu Horror geschädigt. Hm. Ich probiere es mal. Ja, würde passen von der Länge. Vierzig, Sechs, Eins und Neun. Oh mein Gott, bin ich gut. Uh, ein Screwdriver. Ein Schraubenzieher. Screwdriver. Irgendwo kamen wir nicht ran. Ah, die Batterie. Die Batterie. Und ich muss auf die Männertoilette. Ganz dringend. Äh, so. Also, das wäre ja dann nächstgelegen erst mal die Toilette. Probieren wir das mal aus. Wobei, ich ein bisschen befürchte, dass das mit, äh, Surprise dort ist. Und ich weiß nicht, ob ich das will. Dieser Zettel war, glaube ich, vorher nicht da. Oh nein. Ich habe so ein Geräusch gehört. Hiiii. Oh. Oh. Ich sag noch. See you soon. Steht da rechts. Äh, ich sag's noch. Dass das bestimmt nicht gut ist, wenn da Surprise steht. Ja, klar. Retry. Okay. Äh, ich hatte gespeichert, oder? Wir haben den Screwdriver. Ja, haben wir. Dann, wo müssen wir denn jetzt lang? Das war, glaube ich, ganz oben. ganz oben in dem Raum mit dem Geräusch. Genau, da ist das Radio. Perfekt. Dann können wir uns die Taschenlampe holen. Dann können wir in den Raum, der so dunkel ist. Und so weiter. So, wir haben die zweite Batterie. Äh, jetzt muss ich mal schauen. Wo war das jetzt? da, glaube ich. Und, ja, Moment, ich muss nachdenken. Ja, doch. So, bitte, danke. So, jetzt haben wir die Taschenlampe. Oh, er sieht pal aus, würde ich gerade sagen. Er sieht bleich aus, genau, bleich. Äh, wir konnten ja mal kurz nach. Huch, was ist denn? Hey, Harriet, ich denke nur etwas nach. Aber das ist nicht so wichtig. Äh, wir können ja noch mal fragen, woran sie denkt. Denkst du, diese Geschichte wird groß rauskommen, wenn wir es hier rausschaffen? Also, ich meine, so von wegen, dass dann sogar Verschwörungstheorien entwickelt werden und so? Oh, ich muss dann unbedingt in den Foren nachschauen, was die Leute schreiben. Aber, ein Teil von mir macht sich etwas Sorgen, wenn das tatsächlich so aufgebauscht wird. Wann auch immer eine Tragödie eintrifft, gibt es immer Theorien darüber, dass das vielleicht alles nur erfunden ist. Wenn das geschieht, dann werde ich richtig sauer. Mason ist so erwachsen. Ich wünschte, wir hätten mehr mit ihm abhängen können. Aber, nachdem er dich zu deinem Bus bringt, fühlt es sich einfach so an, als würde er verschwinden. Er ist nicht einmal mehr in irgendwelchen Clubs nach der Schule. Ich weiß halt echt nicht mehr, wie die Original-Story war. Vielleicht war es Mason am Ende? Der Turtlehead? Hm, ich frage mich, was die Jungs bei so Pyjama-Partys machen. Küssen sie sich und knuddeln sie miteinander, so wie wir Mädchen? Äh? Was meinst du damit, dass das nicht das ist, was die Mädchen meistens tun bei Pyjama-Partys? Ihr wollt schon sagen, what? Wenn wir hier rauskommen, werden wir bestimmt total belagert von den ganzen Nachrichtenstationen, weil sie Interviews mit uns führen wollen. Ehrlich gesagt hoffe ich das sogar. Dann kann ich nämlich über all meine Theorien über den Schildkrötenmann sprechen. Erinnerst du dich noch, als wir beide in den Kunstshop gegangen sind, um dir dieses Skizzenbuch zu kaufen? Und da habe ich dich ganz lieb darum gebeten, mich auf die erste Seite zu malen und du hast dich geweigert? Okay, vielleicht habe ich nicht so nett gefragt. Hör auf, mich so anzusehen. Weißt du, ah, jetzt kommt das mit den Haaren. Ich gucke noch einmal. Okay, das ist wieder dasselbe. Ich glaube, wir machen jetzt nicht ein Need Advice. Ich glaube, wir kriegen das jetzt erstmal ganz gut selber hin. Weil sie gibt einem ja doch schon ziemlich, ziemlich offensichtliche Tipps. Das muss ja nicht unbedingt sein. So, perfekt. Was haben wir hier? Da sind Wörterbücher und weitere Schulbücher drin. Aber hier haben wir auch noch zwei Schränke. Hier sind einige Schülerprofile drin oder Schülerakten. Alphabetisch sortiert nach dem Nachnamen Mason Campbell. Achso, Mason. Mason ist schon immer ziemlich zurückhaltend. Jedenfalls, seitdem er an diese Schule verlagert wurde. Das ist ein bisschen komisch. an diese Schule gewechselt ist. Er hat sich immer bemüht, alleine zu bleiben und hat es vermieden, mit anderen Schülern zu kommunizieren. Aber mir ist aufgefallen, dass er seine Nase schon in viele Dinge reinsteckt. Die Mitarbeiter haben ihn häufig dabei erwischt, wie er an Orten war, an denen er nichts zu suchen hatte. Er hat zum Beispiel die verschiedenen Fachräume untersucht oder Akten von den Lehrern. Er hat versucht, oha, die Tür zum Keller zu öffnen. Ich glaube, hinter Mason steckt etwas mehr, als wir vermuten. Also habe ich etwas gegraben. Ich habe Principal Dale gefragt, was er glaubt und da ist er ganz still geworden. Und dann kommt noch hinzu, dass er nie seine Hausaufgaben erledigt. Und trotzdem entlässt Dale ihn andauernd, selbst wenn er Ärger bekommt oder kurz davor steht, Ärger zu bekommen. Er verhält sich erwachsener als jeder Highschooler, den ich je kennengelernt habe. Was zur Hölle ist los an dieser Schule? Hört sich an, als würde der Direktor versuchen, ihn zu decken. Hm. Vielleicht seinen Sohn? Hm. Langsam fügt es sich, dass Mason vielleicht wirklich Turtlehead sein könnte. Schauen wir mal, was wir über Emma erfahren. Sie ist eine endlose Quelle der Energie. Selbst an einem Montagmorgen ist sie gut gelaunt und früh in der Schule enthusiastischer als alle ihre Mitschüler zusammen. Außerdem ist sie ziemlich berühmt geworden wegen ihrer Leistungen im Leichtathletik-Team. Scheinbar ist sie da wirklich ein Naturtalent. Vermutlich muss sie halt ihre Energie irgendwo ablassen. Überraschenderweise verbringt sie aber die meiste Zeit mit meinen beiden zurückhaltendsten Schülern, Harriet und Mason. Seit dem ersten Jahr ist Harriet wie festgeklebt an Emma. Sie ist auf jedem Flur und in jedem Unterricht quasi an ihrer Seite. Und als Mason hierher kam oder an die Schule kam, da hat Emma sich seiner angenommen. Ich glaube, das Mädchen hat ein gutes Herz. Aber ein Teil von mir könnte auch gut damit leben, dass sie meinen Unterricht nicht mit okkulten Nonsens unterbricht. Das waren interessante Infos, aber bringt uns jetzt nicht unbedingt weiter, aber hier ist ein Schlüssel für eine Toolbox. Oh, wir haben ja noch den Mob. Oh, hier sind weitere Schülerprofile. Okay, die gucken wir uns natürlich auch an. Den Mob habe ich ganz vergessen, den können wir ja da auch reinstellen in den Mob Eimer. Achso! Ah, eine Akte über mich. Die willst du nicht lesen. Am besten sollte man alte Wunden nicht wieder öffnen. Na gut, dann nicht. schade, schade. Dann speichern wir halt mal. Jetzt muss ich echt erstmal den Mob zurück legen. Das macht mich sonst nervös. Moment, wo war denn das? War das jetzt oben gewesen, wo das Radio war? Bin mir gerade unsicher. Ich habe doch den Mob noch. Ja, ich habe den Mob. Und vor allem, was ist der Toolbox Key? Welche Toolbox? Ich erinnere mich gerade überhaupt nicht. Egal, wir machen erstmal das mit dem Mob. Vielleicht ergibt sich das dann, ja? Hä? Achso, sie benutzt den Mob da gar nicht. Ehrlich gesagt, hätte ich aber auch gedacht, dass das irgendwie unsinnig ist. Was soll sie da auch den Mob reinstellen? Was soll dadurch ausgelöst werden? Wisst ihr, was ich meine? Toolbox Key. Eine Toolbox. Eine Toolbox. Toolbox. Diese Tür ist versperrt. Da kommen wir nicht rein. Ich kann mich echt nicht erinnern, dass irgendwo eine Toolbox gestanden hätte. Ich mache sonst jetzt mal einen kleinen Cut, falls das jetzt etwas länger dauert, denn ich muss sehr wahrscheinlich einfach alle Räume abgehen und einmal schauen. Oh, oder wir fragen. Wir fragen dich. Du hast bestimmt einen Tipp. Ein Mob? Ja, damit kann man was dreckiges reinigen. Ja, das stimmt. Blut oder was? Ah, okay, du solltest vielleicht mal ins Mädchenbadezimmer gehen. Jedes Mal, wenn ich da hineingehe, finde ich mehr Müll vor als zuvor. Es ist einfach unmöglich, da einfach in Frieden Pipi zu machen. Ekelerregend. Oh, und der Schlüssel für eine Werkzeugkiste. Ah, im Robotics Room. Okay, aber den konnten wir ja noch nicht betreten, der ist im Keller, ne? Aber dieser Schildkrötenmann verfolgt dich noch. Ich wäre also nicht überrascht, wenn jemand den an einen Ort gebracht hätte, den du nicht erwarten würdest. Also doch nicht in dem Robotics Club oder was? Interessant. Na gut, dann müssen wir auf jeden Fall in die Mädchentoilette. Danke für diesen Hinweis. Wäre ich, glaube ich, etwas längere Zeit nicht drauf gekommen, dann nochmal nachzusehen. Weil ich meine, ich bin ja nicht hier, um die Toiletten zu reinigen. Aber wenn wir dafür was bekommen, dann bin ich einverstanden. So, und hier, ach, wegen dem. Ja, okay, da wäre ich aber trotzdem nicht drauf gekommen, dass der Mob damit zu tun hat. Ach so, Mann, ich dachte die ganze Zeit durch die Ritzen in der Tür, ich dachte die wären so ganz dünn und tief, dass man da durchgucken kann und nicht, dass ich unter der Tür durchgucke. So, okay, das verstehe ich jetzt natürlich dann. Also, hier, sie benutzt den Stiel des Mobs und damit konnte sie das erreichen, was sich im Inneren befindet. Und das sind ein paar Münzen. Münzen für einen Automaten vielleicht. Coins. Ja, das würde ich fast doch dann mal sagen, dass wir das probieren könnten mit dem Automaten, der sich irgendwo befindet. Wo war das denn? War das hier? Genau, zwei Automaten sogar. Ah, wir haben nicht genug für einen Snack. Vielleicht sind die Drinks aber günstiger. Reicht gerade so für einen Drink. Bevor du eine Auswahl treffen konntest, ist etwas herausgefallen. Oh, die Keycard für den Keller. Das ist ja ein Glück. Das ist ja ein verflixtes Glück. Dann speichern wir direkt nochmal. Und dann geht's ab in den Keller. Juhu. Also, ich weiß nicht, ob das Juhu ist. Aber ich finde es schon mal nicht schlecht. Oh, da können wir wieder speichern. Gibt es hier mehrere davon? Das fällt ihr jetzt erst auf. Oder verfolgt es dich? Solche Mühe, nur um dich zu ärgern. Hm, was ist das? Ah, ich dachte, das wäre was zum Einsammeln. Da sagt sie nichts zu. Diese Tür ist versperrt. Ach, herrje, Miné. Sieht ein bisschen aus wie das Hauptquartier von Turtlehead. Aus irgendeinem Grund ist hier das Bild eines Farbkreislaufes. Ich weiß gerade nicht genau, wie man das nennt. Es wird begleitet von zusammengetackerten Unterrichtsplänen über grundlegende Farbtheorie. Verschiedene Farben können bewirken, dass Menschen verschiedene Emotionen empfinden, je nachdem, wie diese Farben eingesetzt werden. Warme Farben erzeugen Aufmerksamkeit und symbolisieren Gefahr. Zu diesen Farben gehören Rot, Gelb und Orange. Kühle Farben sorgen dafür, dass die Zuschauer sich beruhigter fühlen. Ich mache gerade mal nicht wundern ein kurzes Foto. Je nachdem, wie viel einer warmen Farbe man verwendet, um eine Zweitfarbe herzustellen, kann die Farbe entweder warm oder kühl werden. Beispiel, wenn du mehr Rot als Blau mischst, um Lila herzustellen, dann wird es warm, aber wenn du mehr Blau als Gelb mischst, um Grün herzustellen, wird es kühl. Da mache ich auch nochmal ein Foto. Ich weiß nicht, worauf das alles hinauslaufen soll, aber danke für diese Informationen zur Farbenlehre. So, ja, wir sind eigentlich Viertelstunde wieder durch, meine Lieben. Ich muss mich an meinen Arbeitsplan halten, deswegen eine kleine Speicherung und dann gucken wir uns diesen gruseligen Raum in der nächsten Folge von Turtle Head Unmasked weiter an. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!